Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Marvins Kanal. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt überlegt, ich habe so Fake Blut gekauft und zwar werde ich ihn damit pranken. Und ich werde einfach sagen, dass ich so halt die Linse dreckig, ey. So, auf jeden Fall werde ich dann so tun, als ob ich hier die Treppen runtergefallen bin. Weil der Teppich muss dafür weg, ey. So, auf jeden Fall werde ich dann so tun, als ob ich hier die Treppen runtergefallen bin und mich irgendwie hier dran gestoßen habe. Dementsprechend mache ich hier auch ein bisschen Fake Blut dran. So sieht das Theater jetzt aus und zwar. Meine Hand, die sieht richtig realistisch aus. Jetzt gucken wir mal mein Gesicht an. Über eine Kamera gar nicht so gut. Wow, es sieht richtig realistisch aus, der Scheiß, der tropft hier sogar schon. So, jetzt mache ich noch ein bisschen realistischer hier. Verteilen den Scheiß ein bisschen hier, so. So und das hier. Wow, man sieht gar nicht mehr, dass das ein Taschentuch war, ey. Boah, so, das sieht echt, mittlerweile ist es richtig eklig geworden. So, jetzt habe ich mir noch spontan überlegt, ich habe hier das Besteck liegen. Das schmeiße ich hier hin. Und der Teller, den muss ich kaputt schmeißen. Alter, was ist denn los mit dem? Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich mich nicht in die Scherben lege. Ich gucke mal, wie ich mich hinlege. Ich will mich nämlich hier so reinklemmen. So, ich schau mal, wie es aussieht. Ich muss echt aufpassen, dass ich mich nicht in die Scherben reinklemmen. Jetzt habe ich wirklich wirklich kaputte Hände. Oh, das ist gar nicht so einfach, Alter. Oh, scheiße. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ach, du Scheiße, was denn? Was hast du gemacht? Hallo? Ich muss mich verarschen, dass du eine Kamera hast. Das mache ich beruflich. Ich bin Tatortreiniger. Alter, was ist denn mit dir los, ey? Ich dachte, echt, das erste Mal, ich dachte, alter, Junge, willst du mich verarschen, ey? Wie lange liegst du denn da schon? Zeig Minuten. Ach du Kacke, das ist ja auch alles voll. Und ey, wie bist du auch gekommen? Ja, spontan, Junge, Internet. Das Internet ist für uns alle Neuland und es ermöglicht auch Feinden und Gegner mit völlig neuen Möglichkeiten und völlig neuen Herangehensweisen unsere Art zu leben in Gefahr zu bringen. Das ist ja richtig, Alter, Leute. Oh mein Gott, aber am Chartprogramm, erst mal, wenn ich scheiße, habe ich nach hinten geguckt, weil ich gucke, ob da irgendwas ist. Da war da die Kamera. Oh Mann, ey. Das sieht aber richtig krass aus. Das ist unermal krass, Alter. Oh shit. Das ist heftig, ne? Ey, Leute, checkt seinen Kanal auf jeden Fall ab erster Link unten in der Videobeschreibung. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Pass auf, das Handy weg, weil ich bin nochmal ein bisschen sprachlos. Leute, checkt seinen Kanal ab erster Link unten in der Videobeschreibung. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, dafür die kranke Aktion. Ich bin immer noch gecheckt. Aber das sieht richtig echt aus. Ja, ich kenne das gar nicht von ihm. Spritzer-Spritzer, ey. Guck dich das mal an. Hast du das auch alles gefilmt, wie das ausgemacht? Ja, klar, alles. Alter, da muss ich mal im Schnitt sehen. Oh mein Gott, ey. Ich bin voll sprachlos. Juni, ich bin mal aber froh, dass du so schnell gekommen bist, Alter. Hätte ja auch... Ich bin voll sprachlos, ehrlich. Nee, ey. Glaube ich dir. Ja, Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare, ob ich ihn zurückpranken soll und was ich mache. So, Leute, schreibt es mir unten in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Vergesst auch immer nicht einen fetten Daumen nach oben da zu lassen, Leute. Sprenkt die Leiche. Und ja, danke schön. Ciao und bis dann, Antenne. Ja.